Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Mernus, Ihr Schweigen drückt uns nicht weiter. Komm, Julian, vielleicht können Sie Stiefs an Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Bock drauf hast. Du hast da nämlich Bock drauf, nicht ich. Heute Abend im Büro und hat dich gesucht. Jetzt lenkt man nicht vom Thema ab, wieso kriegt er meinen Job? Ich sollte es echt lassen. Was solltest du lassen? Jüngere Männer. Och, das war doch nicht... Was denn jetzt? Ich bin trunk X. Der Schiff. Verl ga Lee Hände, der Schiff. Dich beeinfeld ist sí. Wo solltest du hier sein? Der Schiff. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018